Musik Und damit jetzt willkommen zu einer weiteren Runde EnderGames auf GOMM.AT Natürlich Und ja Ich denke mal ich kann hier eine kleine Info eigentlich reinklemmen Denn Ich sag mal gut In den letzten zwei Wochen ungefähr kam kaum ein Video Gleich auch gleich Nur kurz die Kisten kriegen Und wer es mir kriegt Oder hört Mir geht es nicht ganz so gut Ich habe keine Ahnung ob man es genau hört Oder überhaupt hört Keine Ahnung Ich merke es halt selber Ist eigentlich ja dumm Aber auch gut Und ich habe Eisen Das ist schon mal super Ja okay Kann ich mal ganz kurz erzählen Warum die letzten zwei Wochen Ist ja ungefähr zwei Wochen Kam ja kaum Videos Ich glaube gerade mal vier Videos Habe ich in den zwei Wochen Oder sowas hochgeladen Und das ist finde ich relativ wenig Für das das ich eigentlich mehr machen wollte Hier ist ein bisschen mehr Hier ist ein paar Hä lol Kann ich kurz was erzählen Und zwar haben wir Schule Alter Schule schon in den letzten zwei Wochen Richtig viel gemacht Also Tests Kurztests Und so Zeug halt Schulaufgaben Schulaufgaben Drei Stück Und da bin ich nicht wirklich dazu gekommen Und wenn ich mal am PC saß Habe ich dann Äh selber irgendwas gespielt Also ich bin jetzt in den letzten zwei Wochen Eigentlich so fast nichts gekommen Und jetzt habe ich dann endlich Ferien Freue ich mich schon richtig drauf Und das werde ich natürlich voll ausnutzen Ich will jetzt mal schauen Hallo Dass ich Streaming Also Streaming kriege Äh also Twitch schon so Überhaupt Streaming Fuck Okay das ist weg gerade ein bisschen Ich schnurre dich Ja Alter geil Schärfe Richtig schön geschnurrt Hier Und da wird jetzt auch Die nächsten zwei Wochen Äh nicht die nächsten zwei Wochen Äh wird jetzt überhaupt wieder mehr kommen Eigentlich auch in den nächsten zu hören Weil ich musste wie so vor produzieren Weil Jetzt wo bei uns Ferien sind Äh Fahr ich weg Und ich habe eigentlich vor Da Videos zu machen Dann Wenn ich wegfahre halt Oder dort wo ich hinfahre So Ich will jetzt noch nicht mehr verraten Da will ich noch eher ein Infovideo dazu machen Was es genau wird hier Und dann Uh boah man Da schrie ich immer so 113 Blöcke Okay Ähm 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 Ja super Ich sollte mir wirklich mal Aufschreiben Was ich immer sagen will Aber gut Äh ich habe halt vor Versucht Dass ich Nächste Woche Ja Unsere ersten Ferienwoche Von zwei Würde ich mal schauen Dass ich es schaffe Äh Oder überhaupt mal Das Zeug hinzukriegen Fürs Streaming Äh Ja mann Ja mann Was soll ich sonst sagen Ich weiß es nicht Ich war da noch nie drin Scheiße Scheiße hast du eigentlich Ich kann jetzt nur Mein Bogen sehen Das ist ziemlich schön Ja jetzt ist er weg Nee sei nicht Sei nicht weg Mann Oh Was könnte ich denn jetzt noch erzählen Schöne ey Schön Bäm Nice Schön Hat er einen Helm gehabt Nein 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 Gut Schön Schön Sehr schön Was ist die Erschwerte Das bringt mir eigentlich nichts Weil ich es nicht verzauern kann Sehr schön Würde ich mal sagen Gut Toll Danke Für deine zig Millionen Trinken Habe ich noch einen Das ist sehr nett von dir Im Ernst Gut 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 Ja woher Kannst du mich sehen Hurensohn Fick dich Ich sterbe jetzt freiwillig Aber nicht da wo du mich siehst Danke Wichser Ah mann Gut Hängen wir noch was kleines anderes dran Na mal kurz ne Das war euer Games-Ronde Ich wichser Weil ich habe keine Lust Mit in der Games zu spielen Äh ja Okay Ich kann jetzt noch Natürlich wiederholen was ich sowieso schon gesagt habe Das ist die nächsten zwei Wochen Einiges passieren wird Ich hoffe dass ich es schaffe mit dem Stream Muss ich gleich niesen Ich hasse es Diesen Juck Das Kitzeln in der Nase Ich habe immer wieder keine Kiste hier Das ist Geilste Spawn von dem Ja komm Ja komm Kannst du überhaupt nichts bringen Aber ich habe einen Kill Was soll's alter Ich habe einen Kill Oh nö 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 Ja geil Tschüss Mal schauen wie lange ich überlebe ohne Schwert Nicht wirklich lange So viel weiß ich Fuck Danke fürs Pushen Das ist ne Kiste Und mein Typ Schon leer Ja Nein Ich will nicht Trotzdem alles gesagt Dass ich halt Ich weiß gar nicht mehr was Ich wollte so ein schönes Infovideo machen Ich weiß aber gar nicht mehr zu f*** was Das ist toll Ja auf jeden Fall Ich fahr halt in Ich sag mal jetzt In einer Woche weg Ich werde auf jeden Fall dort Irgendwie ein paar Videos und so machen Die werde ich dann hochladen Ja geil Ich komm ins Deathmatch Ohne irgendwas Ja Es lohnt sich noch nicht mal wirklich Ich guck mal vielleicht Liegt hier irgendwo noch Zeug rum Das wär schon Chili hier jetzt Weil ich hab gar nicht So ich kann Oh Gott Danke Dankeschön Setup von euch Sehr sehr nett Noch ein Brustpanzer Das bräuch ich nicht Ich nehm mit Ah meine Ja gut So kann man auch ne Runde spielen finde ich Ich hab zwar leider immer noch kein Essen Aber gut Ich komm ins Deathmatch Hab nichts sozusagen Okay doch Ich hab wenigstens was zu essen Bitte 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 Auch schade aber schon jemand dran War ich schon dran Okay Und mal gucken Ins Deathmatch ich komm ohne wirklich irgendwas Chill Ja fick dich ins Knie Alter Nein 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 Ich lass euch erstmal fighten ja Und tschüss Die werden mich jetzt verfolgen Wenn sie mich treffen würden Ich will gar nicht jetzt ins Offensive Oh, ja Danke So, jetzt komm ich Jetzt komm ich Ich lass euch jetzt mit Zeit Danke fürs Sterben Ja, Ficken So gut Komm ey, ich hab doch sowieso keine gute Ausrüstung Was willst du eigentlich? Du bist doch eh wahrscheinlich fast voll So, ich will an die Wand drängen Ha, er konnte mich zweimal nicht schlagen Ich versuche über das Eis zu laufen, um näher an den Rand zu kommen Ja, Leute, ich feier es Jetzt feier ich es Ja Geil, okay Das Sorry Das feier ich jetzt Das feier ich jetzt Sorry Typ Tut mir echt leid Ne, okay Das ist ja scheißegal Er wird sowieso nicht merken Also, okay War chillig Das muss ich jetzt sagen Ender Games Kacke Und dann Eine Runde Och, geil Richtig Ja, ich fühle mich gerade wirklich wie der King Ich wollte zwar nühe schreiben, aber okay Gut Das war jetzt nicht wirklich ein Infovideo Ich denke mal, bevor ich auf jeden Fall wegfahre Mache ich nochmal ein genaueres Infovideo Ich glaube, das Einzige, was ich eigentlich nur sagen wollte War, dass ich die letzten zwei Wochen bloß zwei, vier Videos oder so gebracht hatte Aber gut Das wird sich jetzt ändern Kommt jetzt wieder jeden Tag eins Und dann würde ich sagen, Leute Haut rein Bis zum nächsten Mal Lasst ein Pulsivier drinnen Tschüss